Die Prälatur Stuttgart im Herzen Württembergs ist zugleich der kleinste und der größte der vier Sprengel der evangelischen Landeskirche. Obwohl sie geografisch die geringste Fläche hat, wohnen in ihr mehr Protestanten als in den anderen Prälaturen. Diese verteilen sich auf 255 Kirchengemeinden in den Landkreisen Ludwigsburg und Esslingen sowie dem namensgebenden Stadtkreis Stuttgart. Seit nun fast zehn Jahren wird der Verwaltungsbezirk von Prälat Ulrich im Markt geleitet. Hier in der Stiftskirche, der Hauptkirche der Prälatur in der Stadtmitte Stuttgarts, hält er regelmäßig Gottesdienste. Auch der Sitz von Landesbischof Frank-Ottfried Juli und der des Evangelischen Oberkirchenrates befindet sich in Stuttgart. Von diakonischen Einrichtungen bis zur Bahnhofsmission. Die Landeshauptstadt bietet Bedürftigen Hilfe in allen Lebenslagen. Besonders bekannt ist Stuttgart als Industriemetropole. Große Konzerne wie Daimler, Porsche und Bosch haben hier ihren Sitz und bieten viele Arbeitsplätze für die Bewohner der Landeshauptstadt. Sowie Pendlern aus dem Umland. Ebenso viel hat die Prälatur für Touristen zu bieten. 2015 reisten knapp eine halbe Million Menschen nach Stuttgart, um mit vielen anderen Christen den Kirchentag zu feiern und die Stadt zu entdecken. Die Region lädt mit ihren vielen Weinbergen und Sehenswürdigkeiten zum Wandern und Erkunden ein. Auch das Schloss in Ludwigsburg ist, ganz besonders im Sommer, für jeden Blumenliebhaber einen Besuch wert. Das Schloss in Ludwigsburg ist, ganz besonders im Sommer, für jeden Blumenliebhaber einen Besuch wert.